Hallo liebe Leute, ich möchte euch begrüßen zu unserem heutigen Medienkompetenzübungen in Sachen Corona-Verschwörungstheorien. Seit einigen Wochen rennen jetzt Xavier Naidoo und Attila hält man oder so ähnlich durch die Welt, also respektive das Internet und versuchen euch Verschwörungstheorien an den Hals anzudrehen, die zum Beispiel besagen, dass Bill Gates an der Verbreitung des Coronavirus schuld wäre. Und dazu machen wir mal eine kleine Denksportaufgabe. Bill Gates ist ein Entwickler, ein Softwareentwickler ursprünglich gewesen, hat die Firma Microsoft gegründet und Microsoft hat natürlich das Office-Programm entwickelt, die Microsoft Benutzeroberfläche Outlook. Wir kennen sehr viele Produkte von Microsoft. Wir benutzen sie tagtäglich, ob es nun auf unserem Rechner oder auch im Telefon sei. Microsoft ist allgegenwärtig. Er hat mit diesem Unternehmen doch relativ viel Gewinn erzielt. 50 Milliarden Euro sagt man, zumindest ist das der Umfang der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und mit diesen 50 Milliarden Euro kann man natürlich viele Dinge anfangen. Zum Beispiel ist er auch ein großer Unterstützer der WHO mit 10%. Und spinnen wir mal diesen Gedanken weiter. Wenn ich überall auf einem Rechnern weltweit meine Software installiert hätte und ich möchte die Produktion eines Landes zum Beispiel runterfahren, warum sollte ich dann verdammt nochmal überhaupt ein Virus entwickeln oder es in irgendeinem chinesischen Labor kaufen wollen. Ich müsste dafür erstmal einen Haufen Geld ausgeben und dann müsste ich es noch unter die Leute bringen, sodass es sich auch überall verbreitet. Und dann sollte ich noch ein Virus nehmen, was ein bisschen virulenter ist, also ein bisschen höhere Mortalität hat. Denn nur wenn ich effektiv viele Leute in einer kurzen Zeit liquidieren kann, hat es überhaupt Sinn, dass ich ein Virus unter die Leute bringe und sie um die Welt bevölkerungsärmer zu machen, wenn ich das machen wollen würde. Zweitens. Warum sollte ich eigentlich überhaupt ein Virus kaufen, wenn überall meine Computer rumstehen, die ich einfach lahmlegen kann und somit die ganze Wirtschaft sofort im Grunde im Boden stampfen kann? Drittens. Wenn ich ein Virus verbreite und einen Gewinn machen möchte, dadurch, dass ich einen Impfstoff entwickle, warum sollte ich dann überhaupt Geld ausgeben? Der Virus soll etwa für 50 Milliarden gekauft worden sein, laut den Angaben und der Gewinn wäre etwa 5 Milliarden. Da ist eine kleine Diskrepanz von 45 Milliarden Euro, also oder US-Dollar, je nachdem, was man nehmen möchte. 45 Milliarden ist in so ziemlich vielen Währungen der Welt immer noch eine ganze Stange Geld. Und die würde ich doch nicht einfach so aus dem Fenster rauswerfen. Und Bill Gates würde das wahrscheinlich auch nicht tun. Und jeder, der immer noch glaubt, dass Bill Gates unbedingt jetzt dafür verantwortlich ist, dass die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt werden sollte, nur damit er sich zum größten Herrscher über allen hinausschwingen kann, dem möchte ich nur noch einmal sagen. Hallo Schwachsinnige, euer Buspferd!